Hallo und Willkommen zu meinem ersten Age of Empires Video seit 141 Tagen. Ja, tatsächlich die ganze Weile gar nicht Age of Empires gezockt, das hat natürlich auch keine Videos aufgenommen und der einfache Grund war, dass ich keine Lust hatte und ja, das soll sich jetzt endlich ändern. Der Kanal ist nicht tot und ich möchte wieder ein wenig einsteigen, natürlich. Ich habe allerdings weiterhin nicht so richtig die Motivation mit dem, sag ich mal, üblichen Content weiterzumachen, wenn es denen so gibt, aber weil ich den ganzen Januar in Indien verbringen werde, genau genommen in Südindien, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich einfach schon mal was lerne über das Land und genau genommen auch über die Regionen, die ich mich gegeben werde und da gibt es eine Kampagne zu, die heißt Rajendra, wie man das ausspricht, das werden wir hoffentlich noch erfahren während dieser Kampagne. Jedenfalls geht es da im grüneren Sinne um das Chola-Reich. Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass die halt die heutigen südindischen Staaten, Kerla, Tamil Nadu so ein bisschen umfasst hatten, auch in, wenn ich es richtig ausspreche, Sri Lanka oder Sri Lanka, ich habe beides schon mal gehört, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welches richtig ist. Jedenfalls die Insel unten auch wohl hatten und ich jetzt dieser Karte hier richtig nehme, auch noch ein bisschen richtig in Indonesien auch noch gegangen sein könnten. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, auf jeden Fall will ich hier überzweifelig mit einer Klappe schlagen, wie gesagt, ein bisschen was lernen und auch wieder in Edge Fanpies einsteigen. Ist eine der Kampagnen aus dem Indien DLC, die mit drei Schwertern, also mit der höchsten Schwierigkeitsschluch ausgestattet sind, also auch wahrscheinlich eine ganz gute Herausforderung und ja, dann springen wir doch direkt mal rein. Nein, danke. Der Weg zur Größe ist durch das Wehklagen gebrochener Soldaten und das leise Weinen ihrer Frauen bezeichnet. Doch die Männer, die dieses Leid verursachen, dürfen ihnen keine Beachtung schenken. Die Chola-Dynastie ist wie der Elefant im Wald. Ein Tier, das nur gedeihen kann, wenn es das Unkraut unter sich vernichtet, während es durch das Unterholz marschiert. Wie der Elefant müssen wir jede Gelegenheit ergreifen, die wir finden, um stärker zu werden. Auch wenn es bedeutet, diejenigen zu vernichten, die sich uns in den Weg stellen. Mein Vater wird nicht müde, mir diese Geschichte zu erzählen, aber ich werde sie wohl nicht an meinen Sohn weitergeben, wenn es an der Zeit ist, ihm das Herrschen zu lehren. Unsere Familie regiert seit über 1000 Jahren Teile des tamilischen Landes. Andere Dynastien stiegen und fielen in diesem für unsere Familie kurzen Augenblick, aber wahre Größe blieb uns doch verwehrt. Das änderte sich, als mein Vater an die Macht kam. Als frisch gekrönte Herrscher nahm er den Namen Raja Raja an. Der König der Könige. Ein Name, der sich als prophetisch herausstellte. Er hat viele unserer Nachbarn erobert und das kleine Choller-Königreich in ein mächtiges Reich verwandelt. Ein Reich, das ich erben werde. Es ist mein Schicksal, ein ebenso großer Herrscher zu werden wie er. Vielleicht sogar ein noch größerer. Trotz seiner vielen Errungenschaften liegt ein Schatten in seinem Blick. Er hat die Größe erreicht, die er anstrebte, aber dabei ist er von der Dunkelheit verdorben worden. Er versucht mir diese Dunkelheit einzuflößen, mit diesen Fabeln von Größe durch Herrschaft. Aber ich glaube, dass Größe stets mit Korruption einhergeht. Die Geschichte beweist es. Nachdem er sein Reich errichtet hatte, widmete sich Ashoka, der größte aller Herrscher seinem Volk. Er baute Krankenhäuser für die Kranken und grub Brunnen für die Durstigen. Unter seiner Herrschaft blühten Reiche und Arme gleichermaßen auf. Ist das nicht wahre Größe, nicht nur zu herrschen, sondern gerecht zu herrschen? Vater schüttelt nur den Kopf, wenn ich ihm das erzähle, oder lacht mich aus, wenn er gut gelaunt ist. Doch er hat mir die Chance gegeben, ihm das Gegenteil zu beweisen. Wir befinden uns im Krieg mit unseren alten Rivalen der Chalukia-Dynastie. Und er hat mich beauftragt, in ihr Land einzudringen. Ich werde einen gerechten Krieg führen. Wenn ich nach Tanjabu zurückkehre, wird Raja Raja wissen, wozu sein Sohn fähig ist. Also einiges, was ich an Wissen mitgebracht habe, hat sich als schon mal halbwegs dazu vertreffend erwiesen, ist schon mal gut. Und anscheinend gehen wir jetzt in nördlichere Gefilde, oder zumindest zentrale Indien. Wir müssen jetzt auf Anweisung warten. Mal schauen, erstmal. Wir können nicht mehr als in dritter Zeit gehen. Wir haben 120 Bevölkerungslimit. Mächtlicher Angriff ist sinnlos. Wir sollen nicht schwächen. Verbündeten in Wenki sind zu schwach, um selbst mit dem Krieg aufzunehmen. Wenn sie die Truppe zusammenlehen, können sie hier sonst übermächtigen Chalukia-Truppen überlegen sein. Aber ich kann also meinen Verbündeten sagen, wo sie mitkämpfen sollen. Interessant. Dann noch ein Hinweis zum dreiwädischen Volk an sich. Wir haben nur kleine Vorhut. Da gibt es noch eine größere Armee, die uns helfen würde anscheinend. Dann haben wir die Verbündetenstadt in, äh, was ist das für eine Farbe? Hier ist es lila, violett, beziehungsweise wie man es irgendwie nennt. Dann der Gegner ist hier in blau. Die ist und Kerla. Ach, das ist ja auch nochmal eine eigene Regierung hier. Interessant. Ähm, die können wir also als Verbündeten gewinnen. Und dann gibt es noch die kleineren Dörfer. Ja, schauen wir erst mal. Wir haben die Ländereien der Chalukia erreicht. Ich würde sagen, das Gras ist auf dieser Seite des Flusses grüner, wenn ich es nur sehen könnte. Die Nacht ist unser Verbündeter eure Hoheit. Die Chalukia-Hauptarmee schläft in der Nähe. Wenn wir also leise sind, wissen sie nie, dass wir hier waren. Sind sie ermöglichen, die Chalukia-Armee zu unterlaufen? Verbessern sie die Morale der Armee, indem sie ihre Helden im Kampf einsetzen. Also die beiden Kollegen hier. Soll ich im Kampf einsetzen, das kriegen wir sicherlich hin. Ähm, ich hoffe mal, dass ich es schaffe, die, äh, überlegen zu lassen auch. Ich komme hier. Soll ich gehen mal drauf. Im Morgengrauen werden wir von dieser Festung aus unsere Angriffe auf die Chalukia-Armee beginnen. Okay, ähm, was ist das nochmal hier? Wo kann man das mal hier? So, ich muss jetzt nochmal kurz genauer anschauen. Also wir sollen die, wir sollen kundschaften. Aha, erobern sie. Okay, das habe ich jetzt schon gemacht, eine Außenposten. Ja, okay, also wir laufen jetzt erstmal so ein bisschen rumgucken, was geht. Also wir, ähm, erledigt kriegen, nehme ich an. Da jetzt aber nichts davon, dass meine Helden auf jeden Fall überleben müssen. Ich hoffe, dass es dann wieder sowas, wo die dann wieder spawnen oder verletzt sind, die auf den Rest, äh, Devils. Ich weiß natürlich nicht, äh, in welche Richtung am besten laufen sollte, aber, gucken wir mal. Jetzt haben wir noch einen Außenposten, das hier ist. Äh, noch was vom Gegner auf jeden Fall. Oh, das sind aber zwei Türme. Aber trotzdem mal, oh, es sind jetzt einige. Ich glaube, wenn ich da jetzt reinlaufe, dann habe ich ein Problem. Das ist, glaube ich, so viel. Ähm, zwei Türme und so viele Pikten-Träger, das gibt nix. Wenn wir die Garnisonen ausschalten, können wir den Schalten seiner Vorräte bringen. Ja, das findet schon mal gut. Ich glaube, der Türme hat zu, ist die Frage. Ich probier's mal. Ja, also hier haben die Türme ja nicht gezählt. Da habe ich ja, ähm, quasi freigeschaltet bevor, ähm, also nachdem ich die Einheiten nur ausgeschaltet hatte. Hm. Vielleicht doch noch Soldaten hier irgendwo, die ich nicht sehe, oder? Ah, okay, jetzt krieg ich Rohstoff von diesem Dorf. Okay, dann hat das geklappt. Äh, hier will ich dann wahrscheinlich auch nicht hin, obwohl hier oben ist noch eine Flagge. Vielleicht kann ich mich hier durchschlängeln, ohne dass die Burg Fress macht. Ich glaub, die lassen sich nicht blocken. Interessant. Ja, versuchen wir's mal. Ich glaube, die Burg müsste eine Reichweite sein, hätte ich gesagt. Ist hier aber anscheinend nicht. Ich bin schon ein bisschen eng mit meiner Truppenstärke. Hm. Ja. Gucken wir mal, die Moral meiner Armee hat sich verbessert. Äh, ich muss eins angriffen. Äh, das ist tatsächlich dann ziemlich gut. Das heißt, ich müsste, ähm, meine Helden auf jeden Fall immer gut einsetzen und gut am Leben lassen. Also, viel Lebenspunkte behalten. Ich finde, eine Minute kriegt das keinen Tributen mehr. Okay, ah ja, jetzt hab ich's verstanden. Ach, wir können auch mehr Dörfer aufbefreien, das ist aber wahrscheinlich weiterhin Sekundäre Ziel. Das ist aber eh gleich erstmal Schluss hier. Ähm. Okay, die ganze Zeit nicht. So, dann gucken wir nochmal nach hier. Also. Also, wir können auch die Vorwerte blöden und alles klar, ich verstanden. So, ich wollte jetzt nochmal hier ausgucken. Ähm. Steht hier irgendwas davon, dass ich meine Helden nicht verlieren darf? Ich glaube nicht. Okay. Dann traue ich mal, dass das auch so ist. Oh, jetzt hab ich hier. Ach, jetzt kann ich sehen, wo die Arme Wörfer sind. Das hab ich gar nicht mehr aufgepasst. Aber gut. Aber ich kann jetzt eh das hier. Oh, auch Gegner. Ah, nein. Gar keinen Druck mehr. Äh, ja. Jetzt sind wir eh nur noch meine Helden. Ja, ähm, hier komme ich nicht weiter wie es aussieht. Jetzt ist gleich der Timer vorbei. Ich bin mal gespannt, was ich dann, äh. Aber da krieg ich bestimmt irgendwo was zum aufbauen, wenn ich mal stark an als Arbeiter. So, das sind meine Dorfbohne. Alles klar. So, hier laufen wir. Ach, die Basis hier kriege ich. Das ist gut. Ähm. Hab ich den Rohstoff? Ich hab genug Rohstoffe für ein Dorfzentrum. Wo werde ich angegriffen? Ja, die werden jetzt hier wahrscheinlich erstmal alles einreißen. Aber ich hoffe, ich krieg genug Gnadenfluss, dass ich hier, ähm, halbwegs aufbauen kann. Da hab ich natürlich für meine Anfangspunkte fast gar nichts mehr übrig. Aber ich glaub, meine Helden müssten mir ja trotzdem helfen gegen Hitiko legen. Wie viel angefangen die denn? Ah, die sind schon ganz gut. Unsere Verbündeten in Vengi werden auf euren Befehl vom Osten angreifen, Yuvaraja. Aber ihre Streitkräfte sind nicht so stark wie unsere. Wir sollten unsere Angriffe mit ihnen koordinieren, damit die Chalukyas unsere Armeen nicht aufhalten können. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm, hab ich hier irgendwo Steine? Erstmal hab ich hier die Chalukasie, jetzt bitte weg. So, ich wollte gerne noch ein Dorfzentrum haben eigentlich. Hm. Dann hab ich aber keine Steine gesehen. Kann schon mal ein bisschen mit Handeln anfangen hier. Ah, hier ist oben ein Stein, alles klar. Dann nehmen wir doch mal. Abgelegen und gehen hier hoch. Natürlich die Frage, wie oft werde ich angegriffen werden? Also wie schnell muss ich hier auch bei Medien? Hier oben ist auch was zu fischen. Ja, nehm ich vielleicht einen weniger hier noch oben. Kindle von Dahlzeit, das heißt eigentlich ist das Handeln noch gar nicht so... Oh, das versuche ich mal hier aufzuhalten. Die Sterne im Handel. Ja, vielleicht ist das mit dem Handel zu dem Zeitpunkt noch nicht so clever und hier wäre Stein besser gewesen. Das finde ich aber schon hier oben. Naja. Naja. So, jetzt hab ich nur noch meine Helden übrig. Ich glaub die heilen von selbst. Ja, tun sie. Perfekt. Irgendwo hab ich hier grad ein Schaf oder sowas bekommen, hab ich gerade gehört. Ah, hier unten. Ja, eigentlich hätte ich mir das Holz wahrscheinlich sparen sollen, um hier auch ein bisschen Fisch zu gehen. Aber jetzt hab ich hier schon welche auf Stein und Wett, ähm, mittelfristig. Obwohl, ja ich mach das jetzt nochmal so. Ich geh jetzt erstmal los und baue hier ein, ähm, ein Hafen. Ja, die können sich anscheinend gerade so selbst verteidigen. Die werde ich also erst am absolut notwendigen Zeitpunkt meinen Kampf mit einbeziehen. Ich glaub auch, dass die Musik jetzt hier nicht zu laut ist, dass das Spiel nicht zu laut ist. Ich hab, ähm, da ich so lange jetzt wirklich nichts aufgenommen hab, natürlich auch meine, ähm, meine Software nicht irgendwie nochmal kalibriert, nochmal eingestellt. Ich hab das alles bei den Einstellungen gelassen, die ich das letzte Mal benutzt habe. Das ist immer eine recht schwankende Angelegenheit, muss man dazu sagen. Deshalb hoffe ich, also ich muss jetzt einfach dran denken, einfach immer schön laut und deutlich zu sprechen. Okay, also wir sollen hier oben im Fall noch hin. Ähm, und ich glaub, wir müssten uns mal irgendwo hier ein Holzwererlager gönnen. Auch für die Upgrades natürlich. Und gleich haben wir dann auch genug, ähm, genug Holz wahrscheinlich um uns, ähm, äh, genug Steine erstmal und dann natürlich auch zusammengelegt. Ähm, ähm, Holz um uns das nächste Dorfzentrum zu holen, das ist jetzt der Fall. Wo bauen wir das hin? Alles hier ein bisschen spärlich, ähm, auszulösen. Ähm, 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 kann ich das hier oben nicht sch... Aber ich bin auch gar nicht in der Ritterzeit, ich bin echt dumm. Na ja, gut. Das hätte ich, äh, natürlich, äh, natürlich merken müssen. Ich dachte, ich kann hier schnell nochmal ein, äh, ob das hier noch hin pflanzen, aber ist nicht der Fall. Ich weiß, ich hätte schon viel früher mein, äh, Holz hier oben investieren müssen, aber gut. Ich hab' ja noch nichts davon gemerkt, muss ich sagen. Aber da klingt die erste, wenn ich die alle befreit habe. Mein Helden scheint ja stark genug zu sein, um hier alleine, ähm, so eine, ähm, so eine Befragungsaktion zu starten. Das wird machen wir doch mal. Äh, Häuser werden ganz gut. Äh, Häuser werden ganz gut. Und, ja, ich weiß nicht, wie es aussieht, wie dringend ist es, dass ich hier Militär war noch. Es sieht ja nicht so aus, ob ich besonders behelligt werde. Dann muss ich hier, äh, äh, also das langfristige Ziel ist, den blauen Spieler zu, äh, besiegen. Ähm, und das, äh, sekundäre Wehrer Ziel, diese Universitäten da oben zu zerstören. Ist das denn... Ne, man, anders ist nicht das... Ah ne, okay, jetzt muss ich beides auf jeden Fall machen, alles klar. Ach, so, jetzt kriegen wir auch Ressourcen von denen, das ist schon mal gut. Ähm, ich nehme an, jetzt werden die Ölder zu schlöre. Ich glaube, ich werde nicht, ähm, jetzt hier übertrieben versuchen, die, äh, dafür zu stützen, ehrlich gesagt. Und, ja, ich glaube, ich habe die, äh, ich habe die, äh, ich habe die, äh, ehrlich gesagt auch nicht so oft gespielt. Ja, die kriegen 200 Holz vom Voranschein in der nächsten Zeit. Ach, Fischerboote sind auch sowieso sehr gut, Kaserntechnologien sind billiger. Belangswaffen sind auch billiger. Also, so eher eine Infanterie, Belangswaffen, Elefanten könnten wir so benutzen. Ach genau, die Urumi haben sie. Ja gut, alles klar. Ähm, wir gehen erstmal jetzt in die nächste Zeit natürlich. Also eher nicht Kavallerie, abgesehen von unseren Helden wahrscheinlich. Ja, das heißt eher Richtung Infanterie. Habe ich denn schon eine Kaserne? Habe ich, ähm, machen wir schon über die Versorgung. Und hier mal ein Upgrade. Habe ich das Holz-Upgrade gemacht? Nee, habe ich nicht. Das hätte ich eigentlich eher machen müssen, aber gut. Hier, auch da oben ist noch mal ein Turm. Den sollte man wahrscheinlich entfernen. So, der Plan ist natürlich ein Grundsatz, jetzt hier mal zu diesem, äh, neuen, äh, Projekt, ähm, eine ausrausweisende Kampagne auch zu Ende zu spielen. Ich glaube, ich habe, äh, diesen Kanal über die Jahre, mindestens so vier verschiedene Kampagnen, ähm, angefangen und dann nicht zu Ende geführt. Also eigentlich, ähm, wäre das normaler Zeit, das ein bisschen ordentlicher zu gestalten. Das ist auf jeden Fall der Plan. Wo werde ich jetzt angegriffen? Ah, das müsst ihr doch schon selbst klären, aber, hm. Die Hände sind schon der Schleich. Ich schicke die mal hin und guck, was ich mit, äh, mit den Turmen zusammen da ausrichten kann. Äh, hier ist ein, ne, das ist ein Verbündeter, alles klar. Oh, die haben jetzt einen Turm schon eingerissen. Das wird also scheinlich schwierig, die hier alle noch mit meinen Helden aufzureißen. Aber das Gute ist, ich habe Kavallerie. Das heißt, wenn es zu brenzlig wird, dann laufen wir die einfach wieder nach Hause. So, der Plan. Mal gucken. Schlagen. Müsste noch einigermaßen hinkommen. So, jetzt wollen wir, äh, noch ein Dot-Zentrum haben, wobei das am schönsten mal hin, hier oben ist. Gold und Stein, das können wir mal mitnehmen. Ähm. Wie viel haben wir? Mein Vom-Zentrum ist, ist 120. Das heißt, noch ein Dot-Zentrum ist wahrscheinlich nicht so notwendig. Ähm. Also, darüber hinaus, von dem, was ich jetzt habe. Ähm. Ich will noch ein bisschen mit Ter zu Hause. Das auf Bild holen wir uns. Ach, genau. Gumbelsonnen, wenn euch schlecht. Also, ich upgrade jetzt so ein bisschen auf meine Infanterie, hol mir Mönche, damit ich meine Helden besser heilen kann. Ähm. Ja. Jetzt mache ich diesen klassischen Build-and-Destroy-Approach, ähm, sag ich mal. Also, ich baue jetzt, ähm, quasi erstmal meine Basis zu Hause auf. Und dann, ähm, dann gehe ich zum Angriff über. Also, nicht, dass ich irgendwie konstant versuche, hier die Weitere Dörfer zu erobern. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Ähm. Wie man so nennen. Aber das Holz-Upgrade habe ich nicht immer nicht gemacht. Das kann ich mal holen. So. So, hier. Ein paar Einheiten. So, hier ist bald Schlussfisch. Ach ne, hier ist noch ganz viel Fisch. Alles klar. Ne, kein Problem. Nehmen. Und hier mal das Upgrade, ja gut, das kann man uns noch nicht leisten. Habe ich eigentlich schon irgendwo in Reliqui gesehen. Glaube nicht. Was hier sieht nachher nicht mehr aus, als ist das tatsächlich einfach nur ein grauer Turm. So, du kannst mal hier schön heilen gehen. Ähm, wo liegt eigentlich der Sammelgrund hier? Ich mach den mal auf Gold. Hier war Nahrung nicht schlecht. So, ich habe jetzt hier so n Schwerterger ausgebildet, um einfach mal hier so so ein Krieg rumzuleuten. Wo werde ich angriffen? Kann mir weiter. Ich glaube jetzt die da oben sind. Na gut, können wir einfach mal machen. Ne, defensivere Burg wäre eigentlich auch nicht schlecht, sollte ich mir auch mal Gönnen. So, die sind alle arbeitslos hier. Ähm. Wer hat das jetzt gesagt? Kerla, okay. Ähm. Ja gut, gehen wir mal hier runter. Was wollen die denn haben? Hier Militärgebäude gerichtet, ja, es gehen wir hin. Schnell abklätzbar dann hier. Ah, hier diese Außenplossen habe ich jetzt nicht. Da hänge ich tatsächlich nicht so sehr dran. Ja. Ja. Ich weiß nicht gerade, hier ist noch jede Menge Fisch einzusammeln. Hier sind noch ein paar Kollegen. Zacken wir mal ein. So, hier wollte ich das Upgrade holen. Ähm. Wo kann man denn hier schön im Markt hinstellen? Gut, dann machen wir das hier. Ihr habt aufgeräumt, dann könnt ihr hier noch hinlegen. Dann würde ich halt hier einfach unten vielleicht noch einen, ähm, einen Hafen hinbauen. So, 120 Bevölkerungslimit habe ich jetzt, äh, erreicht. Infanterie ist gut Upgraded. Es ist viel mehr Bevölkerung. Na gut, ich habe jetzt 54 Civile Einheiten, das reicht eigentlich noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht gerade irgendwelche Bluts-Adams sind. Ich weiß nicht. bezieht das ist eine Die Schöne. Was jetzt passiert? Ach, die Dörfer sind kaputt. Na gut. Oh, ok. Jetzt haben wir ein Problem glaube ich. Außer wir landen unsere Schüsse hier gut, dann müssen wir eigentlich, dann haben wir Zeit für die Panik, würde ich sagen. Gauti! Ach Leute, na geil, hab mein eigener, äh, Dings, mein eigener, äh, Mönch, die ganze Zeit im Weg, da konnte ich meinen Druck nicht bauen, schade, egal, jetzt wird hier schön, dass war der Druck hochgepült, fast schon. Nein, du schliffst nicht, aber das mal schön weg. Hat sich auch die Frage schon mal, äh, klärt, ob, ähm, man, äh, angegriffen wird. Nein, ach komm! Nein, ich hoffe, die kriegt zurück irgendwann. So, ähm, dann machen wir mal Vereinheiten, würde ich sagen. Wir haben jetzt natürlich aktuell richtig wenig gewissen, weil wir hier lange sind. Lange die, äh, die Wirtschaftstillstand, das muss jetzt erstmal wieder aufgebaut werden. Zweite Burg wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht so mit den Umständen, irgendwie, naja. Den wir auch mal direkt hier hin. Das mit den Helden war jetzt wirklich sehr dumm. Dann sollten wir uns den Wodka-Pfeil holen, bis zum Beispiel im Spiel. So, das hab ich jetzt nicht geschafft, ne? Wunderbar. Ja, ähm, den Hafen wollten wir haben. So, die Gegner waren ja auch, ähm, dran liegen, wenn ich nichts gesehen habe, oder? Ne, Quatsch, das sind... Oh ja, gut, ja, aber warum haben die dann den, den... Ah, ne, ich hab hier gerade die Zivilisation verwechselt, alles klar. Ja, alles, alles gut. Das heißt, ich, meine Spezialeinheit ist wahrscheinlich nicht so nützlich. Nützlich. Die Bogen werden jetzt einfach nur zur Verteidigung erstmal genutzt. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, was meine Armee eigentlich sein soll. Also. Äh, die Skorpione in größerer Zahl wären wahrscheinlich keine schlechte Option. Aber da gehen eben diese Chakramwerfer, die er hat. Ich glaub, da sind die gegen Skorpione gut. Eigentlich müssten Skorpione in Masse besser sein, weil die mehr Reichweite haben. Ich glaub, wir machen mal hier, äh, weiter mit dem Skorpione erstmal. Ich glaub, eh nicht aus der Ritterzeit raus, wenn ich das in den Kopf habe. Ja, das heißt, ich kann hier keine, ähm, schweren Upgrades machen, dann ist auch egal, ob ich das so bekomme oder nicht. Ähm, sonst stelle ich vielleicht noch eine, wo für den Handelsweg hin. So, jetzt hab ich wahrscheinlich zu viel auf Nahrung, die wir ein bisschen überkompensiert. Also machen wir mal Infanterie und Skorpione hier weiter. Das ist, ja, eigentlich müsste das am besten sein. Weil jetzt gerade hauptsächlich ein Problem, ähm, mit der Gegnermasse, nicht mit der Einheitenwahl. Ach, der hat diese komischen... Reiter, die alles, äh, die... Mehreren Fernkampf-Angriffen ausweichen können. Ja, hab ich auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber gut, ich, äh, komm wieder rein. Das Spiel wird uns ne ganze Zeit nicht bespielen. Ein wenig Geduld muss, ähm, muss ich ja aufbringen, um wieder ganz... Herr des Reiches zu werden quasi. Immerhin sitzen die Hotkeys noch. Ja, ich glaub, ähm, viel mehr davon brauche ich dann doch nicht. Ich brauche wirklich auch mal mehr... Ah, mir ein paar, vielleicht noch ein paar Fischer-Duzier. Ah, dann ist noch mal gut. Dann, ähm, was dann ist... Oh, der ist... Der schickt wirklich die Duzier. Ah, nee. Mann, 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 Mann. Was soll das denn? Das... Das ist natürlich scheiße. Boah. Jetzt schon wieder los. Hier helfen mir natürlich eher die Wurmen. Das ist also ein bisschen so ein Tower-Defense. Sollte also kein Problem sein. Vielleicht störe ich mir mal ne Uni für entsprechende Upgrades. Oh, hier hab ich nicht aufgepasst. Sollts mal hin patrolieren. Wir haben jetzt ja geboten auf jeden Fall. Cut zu sehen. Wir haben dann Cutterlein. So. So, entsprechend Upgrade's gemacht. Wunderbar. So, dann muss ich mal überlegen. Also wenn... Oh, der... ob es sinner gibt hier außen rum zu gehen und zu versuchen in hellblau zuerst und ich muss sowieso bei kaputt machen aber der blaue ist mehr so im weg und der greift mich anscheinend auch massiver an das wahrscheinlich am besten dort zuerst zu schlagen und das heißt ich brauche mittelfristig auch noch die fanden reduziert gepanzert elefanten und er bezieht sie auch kann los also eigentlich ist es ja ich soll koordinieren aber eigentlich würde ich entsprechend koordinieren wollen dass ich sage jetzt mal los leute und dann geht's los aber anscheinend da sehen das anders jetzt hier dieses abgebild noch erst ist ja noch mal stellen jetzt so genau das hätten wir auch ganz gerne so wir haben uns damit erreicht dass wir jetzt doch mal los gehen auch aber ich habe eigentlich nicht viel das heißt die die zu nehmen wir raus die wir nicht unbedingt brauchen was sagt woran habe ich jetzt zu viel gemacht wahrscheinlich kreuzfäller das kann man ein paar weg von und ja hier oben das ist vielleicht auch nicht die effizienteste operation da können auch noch mal zwei weg das ist auch in dem fall hier die elefanten und also wir brauchen einfach grundsätzlich mehr bedauungswaffen jetzt läuft der hier natürlich in sein tod und ist bescheuert aber gut was soll ich machen ich eigentlich noch immer noch stein hier habe ich nicht habe ich denn überhaupt noch stein vorkommen irgendwo habe ich das heißt das tun wir uns nochmal dann können sie noch mit etwas offensivere wurf vielleicht leisten das wäre nicht schlecht ja das ist schon ziemlich hier an mir hier ich glaube ohne den wurf hier werde ich nicht weit kommen oder eben deutlich mehr das ist eigentlich immer das geräusch für etwas wurde abgeschlossen getan verloren gewonnen irgendwas in der richtung aber ich weiß nicht genau wo wir sind dieses geräusch und gerade stand ehrlich gesagt die passt nur einer dran ja ich habe hiermit erreicht haben uns eher gegenseitig zu müssen neutralisiert es braucht also einfach mehr militärgebäuer nicht mal an dann geht der spaß hier eigentlich schon halbe stunde und ich bin nicht besonders weit gekommen ich hoffe mal wird noch besser aber ich kann mir auch die wurf mal ein bisschen kaufen weil diese position muss ich auf jeden fall irgendwie halbwegs halten bevor ich hier vorwärts komme ich bin nach wie vor der Meinung dass es mit den Skorpionen gut sein müsste aber es scheint nicht so gut zu sein wie ich mir das vorgestellt habe wir sind gegen die elefantenbogen schützern scheinlich gar nicht so gut einfach mehr spärträger machen ich bin hier drüben da bitte hin so jetzt sind wir gleich wieder an der Bevölkerungsgrenze angekommen wir machen so ein bisschen Fortschritt zumindest würde ich sagen wenn diese hoch und die anzahl an Skorpion ist jetzt wieder höher jetzt kommen wir diese Schrappschi-Reiter mit diesen ganz gut gegen Skorpion eigentlich welches ist mein Skorpionplan doch nicht der krasseste weil ich müsste ja auch mal kontrollieren dass wir vielleicht auch eine idee das jetzt schon wieder das sind ja oben mit den Universitäten die Bogen müsste jetzt aber hier erstmal reichen um die Stellung zu halten noch 200 hier und löschen noch ein paar Dorfwohner mehr Armee muss her auf jeden Fall können wir hinten bleiben noch eine Panzerung bekommen ähm wie ist denn das jetzt kann ich einfach mal sagen los also da kommen sie zwar schon aber noch mehr werden ja auch nicht schlecht ähm ich sag einfach mal ich los elefanten und vielleicht nochmal so ein zwei militärgebäude hier oben hin so und die verbinderten Gutes habe ich nicht eben eine ganze Menge elefanten drückt ah gut die stecken einfach alle fest danke per feining das hat sich also nicht geändert in meiner fast halbjährigen Abstinenz dann hätten wir wissen immer noch nicht wo sie hin sollen ach komm jetzt und der Gelbe auch dazu das ist aber Teamwork jetzt so habe ich mir das doch vorgestellt was von Blau ist gar nicht so groß wie es aussieht also wenn das nur hier in der Mitte ist dann kommen wir wahrscheinlich mit dem Push gar nicht so schlecht vorwärts aber wenn die Kollegen hier mal hinlaufen würden so die meisten meiner Truppen sind einfach die ganze Zeit unterwegs alle fanden auch aggressiv ihr beide baut hier vorne was wenn wir mal so langsam hier vorwärts kommen auch gleich auch noch mal ne Burg so das Dorfzentrum sehr schön ihr beide kommt auch nach vorne ja jetzt kommen wir der Sache noch näher jetzt können wir der Sache näher also was ich mir gedacht habe übrigens muss man meinen früheren Gedanken wieder aufgreifen dass ich diese Kampagnen eigentlich nur zu Ende spiele ich weiß wirklich nicht wie viele Videoreihen ich in der Hinsicht schon mal gesiegt habe ist mein genialer Plan ist dass ich jetzt einfach alles innerhalb von 1,2 Tagen aufnehme dann habe ich mich gar keine Wahl und ich bin dann im Januar sowieso nicht da von daher würde ich das einfach so aufnehmen dass ich das dann alles im Laufe der nächsten Wochen so alle paar Tage veröffentliche ich weiß ja ob es 5 oder 6 Level sind aber so in den Dresden die Kampagnen eigentlich immer ähm ich mach das mal weg die Anscheinung das für ein paar von allen irgendwie schlecht Einzige Wort was ich identifiziere hier was ich gelernt habe auf Tamil ist äh Seri das heißt okay Ansonsten ähm kann ich noch sagen ähm naja jetzt hab ich schon wieder vergessen äh wie ging das nochmal ich hatte mal gelernt wie ich sagen kann dass ich kein Tamil Sprecher aber das habe ich vergessen aber das ergibt sich dann das werden die Leute dann schon merken das ist vielleicht nicht der wichtigste Satz ja sag Genie ähm wo haben wir denn noch Tor äh warte mal nach vorne hier also der Blau hat es doch jetzt hinter sich oder? da ist hier noch was das Dorfzentrum war's dann war's das doch oder? ich will jetzt mal behaupten anscheinend nicht jetzt aber jetzt haben wir's ich habe schreckliche Nachrichten euer Vater der Raja 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 ist gestorben das kann nicht ich muss sofort zurück nach Tanja ich überlasse euch die Armee General die Scholler sind ohne Anführer lasst uns ihr Joff ablegen und jene Rechten die wir durch ihre Invasion verloren haben ach jetzt gleich wollen sie gelben mal oder was äh äh hab ich irgendwas in der Nähe habe ich nämlich nicht aber gut das können wir dann noch ändern was haben die für Truppen passt schon irgendwie wir rollen dabei hier oben ah gut hier oben auch unsere der war unsere Armee verloren was eher weniger Geld ist sag mal bitte alle irgendwie halbwegs chillen hier muss ich den Gelben jetzt auch vermichten oder ist das egal? wahrscheinlich rein praktisch gesehen muss ich es schon tun ja komm noch die Bockplatte wenn ihr so habt ja das war jetzt hier so ein bisschen durcheinander aber der Blau ist schon mal weg das ist immer ganz gut ein gut zu Anfang weil ein Gegner aus dem Spiel ist und ja ich brauche ein Pfeiler vor allem damit ich den Gelben hier komplett rausnehmen kann der scheint nicht so viel zu haben ich dachte erstmal ich könnte das vielleicht ignorieren und einfach durchlaufen aber ich habe währenddessen halt hier oben meine Armee verloren was dann wiederum äh weitere Projekte ein bisschen schwierig macht was hatte der jetzt gegen mich eigentlich das habe ich nicht so ganz verstanden wahrscheinlich weil der äh König gestorben ist denkt die sich jetzt aber gut die sind schwach aber kein Fan von der Reaktion muss ich sagen ich höre auf hier irgendwas kämpendes na komm Schwertkämpfer das passt schon ist die denn eigentlich noch zugange? ja ist er so wirklich und hier Militär Präsenz ausbauen haben wir hier noch irgendwas rumstehen? ja ja eigentlich auch mit den Schwertkämpfern hier alles abreißen das muss ja eigentlich nicht auf die Erfanten warten ich glaube ich kann meine Militär Präsenz schon wieder nach vorne verschieben das müsste passen das muss ja eigentlich äh gut ich muss hier schon durchstoßen sonst komm ich nicht an die Unis dran alles in die Richtung ähm so der ist weg dann bitte alle mal an die Front ja wir haben eine Arbeitslosrüstung perfekt so ähm hier unten sind wir fertig die marktplätze haben sie tatsächlich nicht angefasst das ist interessant sehr viel Holz eigentlich nicht durch Platz machen Holz hauptsächlich Armee um da oben nur durchzustoßen ich habe ja sehr viel Neurostoffe aufgespart in der Zwischenzeit und das einzige was halt ich muss halt irgendwie hier durchbrechen ich glaube das hier wird die schwierigste Stelle weil da noch die Wurz steht so kleines besser packen zu sein scheint oder ist das einfach ich weiß es nicht aber dann kann ich diesen drei übrigen und jetzt durchbrechen das sollte ja dann machbar sein so Schwertträger bitte na gut hab gar nicht so viele da aber ah Schwertkämpfer habe ich noch einmal geboten machen wir das mal gehen vor hier geht auf die Wurz drauf eigentlich hab ich gedacht dass die den ich zuerst vorstehe auch zuerst losgehen aber geht's dann halt nicht hier mal Patrouille nach vorne hier Patrouille nach vorne hier aggressiv von dahin hier alle hier hin halt doch nicht hier oben hin Mensch Kinder oh ey diese das Perfinding macht mich fertig Leute die Hälfte bleibt er einfach auf der Brücke stehen meine Güte hätte eigentlich mir das ein bisschen vorlinierter vorgestellt aber gut dann muss ich kurz nochmal eins vornehmen hier ach komm ich trock da die Karte Elefanten ach die sind da in der Perea Zeit das ist ja schon relativ ungefähr aber gut diese Brücke macht mich echt fertig ach die Burg kriegen wir jetzt kriegen wir kaputt das passt schon sehr schön ach weiter jetzt kommt hier nach rechts bitte dass sie es nicht schaffen halbwegs ordentlich über diese Brücke zu laufen schon hart ich bin kein richtiger Verlust hier geht einfach schön auf die Bildungsgebäude hier auch einfach auch da wenn schon keiner zuhören will ich habe ich hätte nie einen Stall gebaut das hätte wahrscheinlich hätte ich auch das Geschwindigkeitsabgabe machen können für Kavallerie und mal hier reinpingen alles vergessen aber egal das ist jetzt hier das passt schon das ist alles alle Universitäten sind unter Beschuss oder im im unter äh naja perversen das hier unter unter stoßzahlen quasi also das müsste sich gleich erledigt haben egal was er hier im Feldern ist mir jetzt auch egal die Sonne ist kaputt die Sonne ist kaputt ja dann haben wir's jetzt auch um das Juwel meines Imperiums Auf diese Weise zu beschmutzen, habt ihr keine Ehre? Offensichtlich nicht. Dieser Sieg gehört uns. Blündert was ihr könnt, Männer, und lasst uns nach Hause zurückkehren. Wir müssen um einen Kaiser trauern. Und einen neuen Feier. Ja, war recht chaotisch. Da, wo verschmolzen Tage und Nächte zu einem ruhelosen Nichts. Mein Geist war leer, als ob sich jeder Gedanke und jedes Gefühl außerhalb meiner Reichweite versteckt hätte. Erst als ich in den Palast kam und die Leiche meines Vaters sah, wachte ich auf und stellte fest, dass der Albtraum real war. Der König der Könige war tot. Das kalte, graue Gesicht meines Vaters zu sehen, wissend, dass er nie wieder eine Geschichte über die Elefanten der Wälder erzählen würde. Seit meiner Jugend weinte ich da zum ersten Mal. Er war an Altersschwäche gestorben. Ein schneller, schmerzloser Tod, sagten mir seine Frauen, als ob die Plötzlichkeit seines Abschieds ein Trost wäre. Sobald das Grab, das seine Asche bewachte, versiegelt war, wurde die Krone auf meinen Kopf gesetzt. Ich hatte mich nach diesem Tag gesehnt, aber die Trauer trübte jede Freude. Für den einfachen Soldaten ist das Sterben eine Kleinigkeit. So sehr sie auch leiden mögen, sie wissen, dass es ihr Schicksal ist, für ihre Vorgesetzten zu sterben. Aber wenn du zu den Männern gehörst, deren Schicksal es ist, die Welt zu gestalten, wenn jede mögliche Zukunft, die du hättest gestalten können, aus dem Leben flackert, während du deinen letzten Atemzug machst, dann ist Sterben zu viel. Es wird lange dauern, bis dieser Schmerz nachlässt. Und trotzdem muss ich regieren. Ja, also das wäre sozusagen der Prolog, nehme ich mal an, weil jetzt spielen wir danach den Kaiser, nehme ich an. Vielleicht habe ich das nächste Mal auch meine Helden einigermaßen in Sicherheit zu bewahren, da muss ich mir nochmal... Oh, die sind ja in den Tempel gewesen. Was überlegen, dass ich das mal ein bisschen schlauer mache. Vielleicht mal hier eine andere Steuergruppe setzen. Oder einfach weniger riskant spielen. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Wollen wir mal was religiöses Interessant. Ja, ich hoffe, euch hat diese erste Folge schon mal, gefallen. Ich nehme jetzt ganz fest vor, dass ich innerhalb von ein, zwei Tagen diese Kampagne auf jeden Fall durchspiele, alles aufnehme, dann erst anfangen, das rauszubringen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, dann habe ich die Kampagne abgeschlossen. Wenn ihr es nicht seht, rede ich habe mit mir selbst. Also wir haben alle gewonnen. Und ich hoffe, je nachdem, wann ich das rausbringe, ihr hattet schöne Feiertage und dann auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder hattet schon einen guten Rutsch ins neue Jahr, je nachdem, ich weiß nicht, wie das hier planmäßig aussehen wird. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass das ein einigermaßen willkommenes Comeback hier war und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann.